Alles Antwort, da kann ich schon sagen, als Bürgermeisterin hier zu sein, das ist was ganz Besonderes. Als ich hier reinkam, dieser Ort heißt Fortuna irgendwo. Ich habe gesagt, Fortuna irgendwo heißt es Glück, heißt Hoffnung. Fortuna irgendwo heißt es, dass wir immer im Ort, was denn das machen, was uns Hoffnung aber gut gibt. Ich muss sagen, wenn ich heute Abend hier komme, die Jungs, die hier sprechen, nämlich von euch werden sie danach diesen Saal rocken, nämlich den D-Flame, aber auch Azad. Viele von euch wissen, die beide waren Straßenkindern, hat man gesagt, Straßenjungs. Und wenn man sagt in Frankfurt, die Straßenjungs spielen hier, sie sind in der Pauskische, dann kann ich sagen, das ist Frankfurt, das ist gut so, das ist unsere Jungs.